Schinken! Guck mal, was ich hier habe! Schinken! Hier! Einen Katzentrank! Den habe ich gefunden! Ich weiß nicht, was der macht. Vielleicht können wir eine Katze erschaffen oder sowas. Willst du mal probieren? Vielleicht verwandelst du dich dann in eine Katze! Probieren, Schinken! Los! Was zum Ohr! Jetzt habe ich mich auf dich raufgesetzt! Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal, kann ich den trinken? Kann ich denn... Oh mein Gott! Ah! Ah, Schinken! Ich... Was ist denn passiert? Ich bin... Ich bin eine Katze geworden! Oh mein Gott, bin ich süß! Guck mal! Ich frage mich, wie lange das hält. Vielleicht acht Minuten oder so halten Tränke normalerweise. Schinken, ich bin ein Kätzchen! Guck mal, wie süß ich bin! Kann ich miauen? Kann ich... Oh, irgendwie passt das nicht so richtig. Alles klar, warte, warte, warte. Ich kann doch theoretisch meine Freunde pranken, oder? Lass mal kurz schauen, sind die da? Nehmen wir jemand? Floh ist nicht da? Nein, ist auch nicht da. Ist niemand hier? Warte! Da ist jemand! Oh, guck mal! Eine Katze! Miau! Oh! Ein Streuser, eine Streuse Katze! Miau! Wollen wir die mitnehmen? Ja, wir können die nicht hier lassen, oder? Miau! Wirklich! Du hast uns verhungert, ihr doch! Machen wir das zum Besten! Wow! Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, kleine, ganz ruhig. Ja, okay, von mir kriegt jetzt nichts mehr zu essen. Miau! Was? Nein! Okay, dann nehme ich die erst mal mit, sonst... Du kannst die Schokolade füttern! Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ich glaube, das ist sogar gar nicht gut. Aber ich habe... Okay, äh, was ist mit Melonen? Äh! Ich habe nur goldene Karotten. Hat sie auch nicht. Okay, wir müssen irgendwie Fisch besorgen. Pass auf! Ich nehme die erst mal mit zu mir und du kümmerst dich um Essen, okay? Ja, 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 ich hole dir was. Fische oder... Perfekt, dann... Ja, ja, ich bin schon was. Komm mal mit, kann ich die hochheben einfach? Ist zu schwer für mich. Gut, komm mal. Er kann mich nicht tragen. Warte mal, hört er mich? Hier lang, hier lang. Ryan, hörst du mich? Ryan? Oh, wir sind gleich auch schon da. Der hört mich nicht, oder? Wie klinge ich denn für ihn? Vielleicht klinge ich wie eine Katze. Klinge ich... Die miaut ganz schön viel. Oh, er hält mich im Miauen. Okay. Oh, okay. Miau! Na, also... Oh, magst du das Feuer? Aber pass auf, nicht da rein. Nicht da rein. Das ist gefährlich. Ah! Schups, schups, schups! Nein, hast du das kaputt gemacht? Zweier, zweier, zweier... Von der... Nein. Weg vom Feuer. Nein. Nein. Böse Katze, böse Katze. Okay, pass auf. Ich habe eine Aufgabe für dich. Aufgabe? Komm mal mit, Katze. Warte mal. Was für eine Aufgabe? Vielleicht magst du das sogar. Ich habe hier einen Kakerlaken. Kannst du die verscheuchen, bitte? Kakerlaken? Ist das eklig? Danke, Katze. Das machst du gut. Am Anfang war die ganz cool mit der Musik. Aber sie war ein bisschen nervig auf Dauer. Weg mit denen. Ich muss sie einfach nicht mehr ausziehen. Weg, weg. Stirb. Stirb. Super. Ich habe gesagt, stirb. Ah! Ja, brave Katze. Noch mehr, noch mehr Kakerlaken. Die müssen weg hier. Ich habe sie fast. Komm schon. Ja, okay, okay, okay. Und die letzte. Super, machst du das. Schon stirb. Ah! Ich habe sie. Ich habe sie. Ah, da sind ja noch mehr. Schon stirb doch endlich. Ich helfe dir mal. Fuck. Oh Gott, das ist ekelhaft. Wieso hat Ryan denn eine Kakerlakenplage im Keller? Ida, sie krabbelt. Sie krabbelt rum. Iiih, da ist noch eine. Was, wo kommen die denn alle her? Das ist eklig. Okay, sehr gut hast du das gemacht. Perfekt. Okay, das wäre doch schön. Was auch immer das ist. Ich glaube, ich bin lieber zu flof. Hä? Als Belohnung gehen wir jetzt nach oben. Vielleicht kriege ich einen Fisch zu essen. Katzen mögen doch Fische, oder? Ja. Junge Katzen müssen ja auch fit bleiben. Komm mal mit. Was? Wir gehen jetzt joggen. Los geht's. Wir gehen was? Joggen, joggen. Ich gehe doch nicht joggen. Warum bist du so langsam? Komm schneller. Hey, was soll das denn heißen? Oh yeah. Nee, da musst du mich schon an die Leine nehmen. Das mache ich nicht mit. Hallo. Ach, so eine faule Katze. Möchtest du nicht joggen, oder was? Wo rennst du hin? Ich will nicht joggen gehen. Bist du mir in Ruhe. Was willst du von mir? Geh weg. Ich bin nicht so der Fan vom Joggen. Geh weg von mir. Ich gehe doch nicht joggen. Geh, pass auf, dann. Oh Gott. Was? Wo rennst du hin? Oh nein, wo bin ich hier? Geh, dann gehen wir in die Höhle. Wir können Dias farmen. Dias farmen? Warte, ich habe hier sogar noch... Hier, eine Pickaxe benutzen. Oh, eine Katzenspitzhacke. Dankeschön. Kluge Katze. Okay. Dann lass uns mal gucken, ob wir hier Dias finden. Ein Dias. Noch ein Dias. Noch ein Dias. Das sind keine Dias. Komm mit. Hä? Das sind nur Steine. Oh mein Gott, eine Creeper. Oh. Eine Creeper. Ähm, warte, die Katzen, ähm, haben die nicht Angst vor Katzen? Los, geh vor. Hä? Ich? Ich kann doch nicht... Oh, nirgst du dich gleich, geh vor, geh vor, geh vor. Ich kann doch nicht. Warte. Du machst das, du machst das. Miau. 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 Miau, miau, miau. Gönn machst du das. Guck, die hat Angst vor dir. Oh mein Gott, die hat echt Angst vor mir. Haben Creeper Angst vor Katzen? Ich hab den vertrieben. Der gut gemacht. Ich hab den Creeper vertrieben. Okay, jetzt geh ich, aber ich hab keine Lust mehr auf Ryan. Der macht eine komische Aufgabe und gibt mir keinen Fisch zu essen. Mach's gut, Ryan. Mach's gut, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Was hast du denn gelernt? Der bleibt da jetzt erstmal drin. Mal gucken, was Flo mit mir machen wird. Bei Flo steht die Tür offen. Der ist... Hallo. Katze, du bist hier. Miau. Oh mein Gott, ich hoffe, es hat dir für Ryan gefallen. Überhaupt nicht. Ich konnte leider hier keine Fische finden. Ich hab nämlich nur Schnitzel bei mir. Aber komm mal mit, hier keine Katze. Keine Fische? Ich brauch Fische zu essen. Oder essen Katzen auch Schnitzel? Ich weiß es nicht. Du hast bestimmt richtig Hunger auf deinen Lachs oder so. Ja. Okay, guck mal, du musst nur... Guck mal, wenn das Ding hier untergeht und jemand anbeißt, musst du reinspringen und den Fisch holen. Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und boom! Und... Da ist kein Fisch. Ich bin da! Ich hasse Wasser! Oh, was brust du so rum, keine Katze? Ab ins Feuer, ab ins Feuer, ab ins Feuer. Ich kann das nicht. Hör, warum rennt die jetzt ins Feuer? Oh mein Gott! Oh, ist das eklig! Es ist so nass! Keine Katze, komm, du bist das nix. Komm mit hier! Ich kann das nicht mehr, ich muss... Oh, so ist schön! So ist schön! Kein Wasser, oh mein Gott! Äh, hat mich schon wieder nass gemacht! Nein, nein, nein! Wir machen jetzt! Okay, ich bin da! Okay, Katze, komm mit! Damit du mal irgendwie nutzvoll bist hier für uns. Komm mit! Ich muss dich jetzt mal trainieren, okay? Komm mit! Was trainieren? Ich hab noch nicht mal was gegessen! Oh, du kannst dich übrigens anfreunden mit Wuschel! Komm mal, das ist mein Waschbär! Ich mag ihn! Hey! Katze, komm mit, schnell! Komm mit, mein Keller! Warte, in den Keller? Wieso das denn? Oh nein, wusch mit mir! Okay, Katze, komm mit, okay? Okay, okay, ich bin doch da! Kleine Katze, du darfst das niemandem verraten, okay? Ein Geheimnis! Ich mag Geheimnisse! Warte, wo ist er? Hä? Wo ist er hin? Katze, du musst einfach gegen die Wand rennen, hier! Gegen die Wand? Ja, hier war ich doch! Hä? Okay, Katze, okay! Ich weiß nicht, was Ryan dabei gebracht hat, aber wir speedrunnen ins Minecraft, okay? Hier, nimm das hier! Der hat hier einfach ein Endverteid! Nimm das! Wir werden es in Dragon One cycling! Okay! Wir machen was? Warte mal! Ah! Ich bin da reingerutscht! No way! Wo sind wir denn jetzt hier im End? Wer nimmt denn bitte eine Katze mit ins End? Okay, Katze, das ist der erste Schritt, den Speedrun-Weltrekord zu brechen, okay? Wir beweisen, dass selbst eine Katze das schaffen kann. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Äh, wir brauchen mir eine Treppe. Krieg eine Katze! Eine Katze! Krieg hoch und dann schießt eine Pelle raus! War das ein neuer Weltrekord? Wenn ich jetzt als Katze zum ersten Mal den Ender-Draffen... Ich werde, das hat noch nie jemand mit einer Katze den Dragon besiegt. Minecraft durchgespielt! Huh! Okay! Okay, Katze, kriegst du die Betten hin? Ich krieg die Betten nicht hin! Ich weiß nicht, weil... Oh Gott, was machen wir hier? Wir machen einfach den Ender-Drachen! Okay! Haben Ender-Drachen Angst vor Katzen? Ich weiß es nicht! Was ist da? Was ist denn da? Okay, Katze, der Drache kommt. Kriegst du es hin? Ich weiß nicht mal, wo das Bett draufkommt! Da, okay. Okay, ich mach die ersten, du machst das letzte. Okay, okay, okay. Outdoor ist vielleicht da runtergegangen, sonst stirbt so. Oh mein Gott. Wer da? Okay, Katze, das letzte machst du! Okay. Mach! Warte! Ah! Ja! Ich hab den Ender-Drachen! Das letzte Katze! Wow! Oh mein Gott! Ich bin die erste Katze, die den Ender-Drachen besiegt hat! Oha! Wo ist er hin? No? Da ist dieser duke Waschbeer! Das war ja so cool! Ja! Das hat voll Spaß gemacht! Ich hab noch ein kleines Problem, okay? Kein Problem, ich hab den Ender-Drachen besiegt, ich kann alles! Ja, ja, manche Monster haben ja Angst vor Katzen! Ja! Aber ich weiß nicht, wie das mit Backrooms-Monstern ist, weil ich muss das einfangen, weil das ist gerade ein bisschen wütend. Das ist ein bisschen... Ja, du wirst schon sehen, geh einfach rein und fangen an. Tschüss! Hä? Warte mal! Hä? Er hat die Tür zugeschlossen! Hey! Äh! 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 Warte mal, hat das Angst vor mir? Hat das... Da ist es... Oh nein! Nein, 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 nein! Das hat keine Angst vor mir, oder? Oh mein Gott! Ah! Miau! Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Das hat keine Angst vor mir! Das hat keine Angst vor mir! Warte, bin ich hier sicher? Oh! Ist da draußen! Ist da draußen! Oh, er sucht mich! Er sucht mich! Ich muss hier raus! Oh mein Gott! Nein! Ja! Ich bin wieder ein Mensch geworden! Okay, 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 komm ich hier raus? Ich kenne den Ausgang. Bitte, 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 lass es offen sein. Hat Ryan sich freigebaut? Ja! Er hat sich freigebaut! Okay! Oh mein Gott, da unten ist die Backrooms einfach... Yes, Leute! Der Trank hat aufgehört zu wirken, Schinken! Ich bin keine Katze mehr! Ich bin wieder eine Maus! Endlich! Yeah! Aber warte mal, was ist denn mit Flo und mit Ryan? Haben die gemerkt, dass ich nicht mehr... Und dass ich keine Katze mehr bin? Warte mal, da ist Flo! Mann, Ryan! Die Katze ist einfach weg! Wir müssen sie wieder finden! Oh Mann! Die ist bestimmt zu ihrem alten Besuch zurück! Hey, wie geht's euch so? Ich verbrauch! Easy High! Hat ihr einen schönen Tag? Nein! Nein? Wieso? Unsere Katze ist... Ich wein! Die Katze ist weg! Ja! Nein! Oh! Aber ihr habt doch mich! Eure Maus! Die Dragon-Gewohnzeuge! For Ryan! Oh nein, sie war so cool! Ihr wollt die Katze lieber als mich! Und den Dragon-One-Cycle? Warum meinst du denn jetzt? Lieber als mich! Was? Warum meinst du, du hast doch die Katze verloren? Ihr könnt doch schon mal die Katze suchen! Dabei war ich doch die ganze Zeit die Katze! Was? Nein, du bist eine Maus! Keine Katze! Ja, ja, ja! Okay, Leute, das war's hier an der Stelle mit dem heutigen Video! Schaut bei Flo und bei Ryan vorbei! Ich war die ganze Zeit die Katze! Oh ja! Und wir sind uns am nächsten! Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag! Und hasta la pasta! Ja!